jo leute was geht ich bin's euer yuki und heute darf ich euch nach langer 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 zeit hier herzlich willkommen zurück auf dem credit clan channel begrüßen ja erstmal dankeschön für das positive feedback damit haben wir echt nicht gerechnet wir haben nicht gerechnet dass so viele leute noch hier aktiv auf dem channel sind wir hoffen natürlich dass es noch mehr werden denn wir haben richtig krasse sachen noch vor hier in credit auf jeden fall echt krank viel dankeschön vom ganzen credit team dass wir so positives feedback bekommen haben und auch der aufbau läuft besser als wir das eigentlich geplant haben wir haben schon richtig krasse gameplayspieler kommentatoren fehlen uns noch haben wir aber auch schon gute das heißt wenn ihr uns join möchte als gameplayspieler designer oder kommentator dann bewerbt euch einfach bei uns weil wir suchen auf jeden fall noch spieler die was drauf haben wir wollen die deutsche community hier wieder bisschen pushen mit dem oldschool shit mit dem oldschool pub stomping einfach das ist so unser ziel und ja auf jeden fall haben wir noch krasse sachen geplant unter anderem das könnte jetzt sehr interessant werden für die e-sportler und euch wir werden credit gaming gründen beziehungsweise ich werde mich darum kümmern credit gaming wird eine organisation werden die e-sportler in jedem in allen bereichen so unterstützen wird das heißt wenn ihr interesse habt unter unserem namen unter credit gaming in call of duty csgo rocket league was ist doch im lol oder sonst noch im fifa zum beispiel oder ford night wenn ihr lust habt unter unserem namen zu spielen einfach und schreiben wir schauen dann oder wir schauen dann was man so machen können ihr müsst auf jeden fall erfahren sein 18 jahre alt sein damit ihr auf lan fahren könnt und ihr müsst müsst halt schon ein bisschen auf fahren mitbringen weil wir wollen halt auch die deutsche community da hoch mit pushen also wir wollen da hoch in der liga dabei sein ihr solltet auf jeden fall lan able sein weil wir wollen natürlich unser e-sports bereich auch da bisschen pushen weil unser public bereich der ist ja schon gepusht no nicht abgeholt oder so aber da wird auch auf jeden fall noch viel auf euch zukommen vor allem auch im public bereich weil da haben wir auch krasse sachen geplant e-sports technisch haben wir auch schon große pläne aber dafür brauchen wir halt teams das heißt wenn ihr interesse habt einfach schreiben einfach schreiben als was ihr joinen wollt wir kümmern uns dann darum und vielleicht habt ihr ja die chance und könnt bald auch unter unserem namen auch in der lahn fahren wir werden euch auf jeden fall unterstützen so gut es geht natürlich am anfang werden wir euch nicht sofort mit geld unterstützen weil wir wollen uns sicher sein dass wir auch erfolg damit haben dass wir auch was zurückkommt und wenn dann wir sehen ja das team hat potenzial dann sind wir auch bereit das ein oder andere geld da rein zu stecken aber halt wie gesagt erst wenn alles klappt sonst ist es für uns geldverschwendung und ja wir wollen das halt nicht machen das ist glaube ich auch verständlich ja wir haben wie gesagt vieles geplant vieles können wir euch noch nicht sagen weil es alles wie gesagt noch in planung ist und so wir wissen noch nicht ob alles klappt und so aber ja wir werden unser best versuchen und ich freue mich auf die vielen anfragen ich hoffe es kommen viele anfragen und ja wir haben auch ein twitter mich würde ich freuen wenn ihr da vorbeischaut ich verlinkt oder ich blende den namen kurz ein einfach folgen auf twitter das seht ihr immer wenn wir live sind wenn wir auf eine lan fanden zum beispiel oder wenn wir neues video haben und ja das würde wir uns sehr freuen wenn ihr da dann vorbeischaut ich entschuldige mich auch für viele versprecher ich habe jetzt zweieinhalb jahr oder eineinhalb jahr kein commentary gemacht und das ist ein ungewohnt wieder so einfach zu reden und so ganz allein im zimmer zu sitzen auf pc pc zu schauen und ja das ist ein bisschen komisch verwirren und macht mir ein bisschen angst als wäre ich schizophren aber nun ja auf jeden fall wir werden auch öfters jetzt live streamen wir suchen auch streamer die mit facecam streamen elgato weil ich kann momentan halt echt nur mit ps4 streamen und deshalb halt nicht so unser hoher standard gemäß leider leider deswegen falls ihr ne elgato habt oder gut streamen könnt und flüssig und unterhalten könnt und krassen content liefern könnt dann bewerbt uns bei euch es ist egal ob es fortnite call of duty oder sonst was ist hauptsache ihr könnt gut streamen damit die leute auch ein bisschen abwechslung sehen wir werden wahrscheinlich auch noch einen channel credit game machen da wo halt dann auch so podcast kommen und das also credit game wird hauptsächlich dann nur über e-sports und so über die organisation credit gaming sein und das halt auch noch in planung da werden halt podcast kommen und da können die leute halt auch die e-sportler halt dann auch streamen auf dem channel was natürlich für uns gar kein problem wäre oder halt auf deren eigenen twitch sprich youtube channel hau aber und und unter unserem namen halt ich denke ich habe alles gesagt was ich zu sagen haben müsse ok auf jeden fall ich hoffe euch hat das erste commentary nach lange gefallen ich werde jetzt öfters wieder commentaries machen und ich werde mich natürlich wieder versuchen zu verbessern weil mich ringen die viele versprecher auch schon sehr auf aber ich gebe mein bestes und ja damit verabschiede ich mich ich sage tschüss bis zum nächsten mal